Im Jahr 2022 feiert der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ, seinen 75. Geburtstag. Der BDKJ vertritt 17 katholische Jugendverbände und damit die Interessen von rund 660.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Das macht er zum Beispiel in Gesprächen mit PolitikerInnen und VertreterInnen der katholischen Kirche oder mit bundesweiten Aktionen wie Zukunftszeit und der 72-Stunden-Aktion. Aber wie kam es vor 75 Jahren überhaupt zur Gründung des BDKJ? Schon lange vor 1947 gab es katholische Jugendverbände, zum Beispiel die deutschen Pfadfinder St. Georg oder die katholische Studierendenjugend. Nachdem die Nazis in Deutschland die Macht übernahmen, wurden Jugendverbände verboten und mussten der von den Nazis organisierten und kontrollierten Jugendarbeit weichen. Nach dem Krieg nahmen die Verbände ihre Arbeit wieder auf und gründeten auf einer Tagung vom 24. bis 28. März in Hadehausen den BDKJ als Einheit in Vielfalt. In den ersten Nachkriegsjahren nahm die katholische Jugendverbandsarbeit richtig Fahrt auf. Endlich konnte der christliche Glauben wieder offen gelebt werden und die Verbände boten zahlreiche Freizeit- und Bildungsangebote an. Gleichzeitig mischte sich der BDKJ in die Diskussionen seiner Zeit ein, wie die Gründung der Bundeswehr und den Ost-West-Konflikt. Einmischen wurde daraufhin zur Kernkompetenz des BDKJ. Die Ergebnisse des Zweiten Vatikanischen Konzils wurden auf der Würzburger Synode unter reger Beteiligung der Jugend diskutiert. In den 70er Jahren gingen die Jugendverbände für den Frieden auf die Straße und 1975 gründete die kirchliche Jugendverbandsarbeit die GEPA und damit den Fährenhandel in Deutschland. Zu den Jugendlichen in der DDR hielt der BDKJ während des Kalten Krieges den Kontakt und unternahm sogar einige Reisen in den Osten. Nach der Wiedervereinigung konnte auf diesen Freundschaften aufgebaut werden und der BDKJ ist heute in ganz Deutschland organisiert. Auch 75 Jahre nach seiner Gründung ist der BDKJ eine laute, demokratische Stimme in Politik und Kirche. Er macht sich beispielsweise für Kinderrechte und eine Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre stark, fordert von der katholischen Kirche auf Frauen zu PriesterInnen zu weinen und setzt sich für einen menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten ein. Es lebe Christus in deutscher Jugend. Seit 75 Jahren.